Fertig noch eine Schüsse. Jetzt wir an die Öffnung rollen, in die Öffnung rollen erstmal. Wir sagen 260, da ist der Panzer. Stopp, 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 stopp. Er steht ungefähr auf dem einen Panzermarkt, der auf der Straße ist. Bisschen was weiter links davon ausgesehen. Links, 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 links. Ja, alles klar, haben wir verstanden. Vorwärts rollen langsam, erster Gang, zweiter Gang. Also ich hab Supplies abgeworfen, der Pionier kann im HQ bauen. Stopp. Panzer gesichtet, ist ein Tiger oder Panther? Feindler gesichtet, Feuer. Feindler unter Beschuss genommen. Das ist hinten drauf, Feindler. Feuer, Feuer, Feuer. Unterer Schützenbereich, unterer Schützenbereich. Feindlicher Panzer, Panzer zerstört. Checkmachtierung. Das ging aber gut. Und das heißt Medium hier? Panzermarker, easy. Fox und Abel können wir das schreiben. Hier bleiben, hier bleiben. Hier bleiben, hier bleiben. Sehr schön. Vorsichtig. Wenn es Phosphor-Granaten sind, ich weiß nicht. Ich hab das sowieso nicht. Neeeah. Ich hab mir da weiß, es war mehr als hier. Du siehst die Leute nur noch brennen. Ich hab jetzt eure Außenkosten. Der hatte den Sieg in der Tasche. Def okay, heiß, achte. Links weiter eindecken, weiter links eindecken. Den Gegner glauben, dass wir uns da die ganze Zeit weiterkommen. Und dann ist heiß. Weit Flows. 50 Meter auf Radius. Sie sind gerade dabei. Ablenk, was ist denn? Wenn wir die Squad haben. Die letzte Squad haben. Die ganze Bescheiden machen. Außenkostenmarker. Squad Stärke. Ich denke, das ist so ein Sport. Seht die Kunde jetzt. Auf die Rolle. Mach mal was weg. Welcher Eiler? AP, AP, AP. Ja klar. Wobei es rein geht. Da irgendwie rein. Bewährungsmarker muss zum Eingang für uns sein. Verlegen Panzer in den Kappen. So hört sich das an. Langsam, langsam, langsam. Okay, ist weg. Bleib mit Deckung hinter uns. Wir fahren langsam für dich. Achtung. Lock Hau aufmachen. Feind zum Blech. Langsam, langsam. Zweiter Gang maximal. Da an der Ecke links. Wir fahren im Graben nur. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt links eindrehen. Stopp. Ja, wahrscheinlich. Ich will weiter nach vorne fahren. Schütze unter mich. Schütze unter mich. Unser Panzer ist geplatzt. Stopp. Stopp. Schütze rechts, schütze rechts, schütze rechts, schütze rechts. Benni, du hast alles vorne. Hast neun E-Head parat. Jetzt dann gegen rechts. Hier, auf der E wechseln. Auf der E wechseln dann. Erstens Schluss und dann da rein da. Rein in den Smoke. Rein in den Smoke. Da ist ein M-Aid irgendwo? Nein. Sehr gut. Niemand. Bei links. Abente 66. Auf uns. Ja, auf uns. Ja, noch nicht. Ich schließe mich nochmal ein. Das war die Teststelle. Wir haben noch 20. So, weiter da rein halten. In die Ecke. Der 76er steht. Nach der hinter den Bomber. Vorwärts legen. Vorwärts legen. Nice. Vorne drehen und vorwärts fahren. Vor uns. Vor uns. Weiter fahren. Weiter fahren. Nicht alle Richtung nächstes Cap laufen. Wir verlieren wieder. Ja Leute. Mickey Hey Whitchろ. Halt, halt, halt! Richard, Halt! dinheiro Roatar. Ka E, Pra E, Pra E. Lachen vergessen. Wenn nur der Squad Leader zum nächsten Punkt läuft, wird das ok. Aber wenn das ganze Squad jetzt wegsaust, dann ist rein insfeld. Ja, nee. Wir wollten einen so'n bisschen reinflanken gerade noch. Ich würde einen Panzerdeckung geben. Halt,верUnter="Z"; Halt,верUnter="Uf과". Das ist ein Puma, glaube ich, oder? Ich glaube, es wackelt einfach zu dauernd, stopp, reparieren, Schütze rechts, Deckung für die Panzer, in Richtung Süd, Ost, übers Feld, hier rechts einfach an die Heuwein ran, aber, das ist ein Splash, ja genau. Oh, das hat... Da kam gerade ein Anfänger mit einer Versuche an der Hand um die Ecke. Dann war er, Matsch. Ich sprüge jetzt nach. Lass mich vor weit reinzukommen, bitte. Scheiße, hab ich geschweißen, jetzt komm rein, komm rein, komm rein. Wer drin? Ja, fahr da rückwärts, fahr da einfach so bleiben, wie du bist. Mit uns ins Scheinleimertag. Ei!